Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und der, den ihr gerade gehört habt, ist Matthias Strolz. Bekannt ist er als Gründer der Neos, aber er macht auch sehr viele andere Dinge. Und alle davon haben eins gemeinsam, die Entfaltung und die Bildung. Wir reden heute darüber und das aus sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln. Der Matthias ist ein Politschädel mit sehr vielen Themen, die alle eine gemeinsame Klammer haben. Und weil wir auch relativ lange gequatscht haben, starten wir gleich rein. Matthias, schön, dass du da bist. Freue mich auch. Danke. Es gibt ja eigentlich tausend Themen, über die man mit dir reden kann. Ich würde aber eigentlich mit einem anfangen, mit dem wir uns das erste Mal gesehen haben. Nämlich 2012, bei einer der ersten Neos-Veranstaltungen überhaupt, wo ich rein zufällig war, noch in Salzburg. Oh, Salzburg. Ich erinnere mich. Da hast du über Bildung geredet, was mir sehr gefallen hat, weil da war ja Matura, ja. Und seitdem hat sich ja vieles getan in Österreich. Du warst jetzt aber im Wiener Bildungsfestival. Das zeigt ja auch schon, dass es eine neue Rolle bekommen hat. Worum geht es da? Wie war das? Das Wiener Bildungsfestival ist einer der Leuchttürme in Sachen Erneuerung für das Wiener Bildungssystem. Eine Initiative vom Christoph Wiederkehr, der hier in seinem Befund, finde ich, sehr klar ist, dass er sagt, naja, einerseits als Bildungsstadtrat, also das wäre das Äquivalent von einem Landesrat in den Bundesländern, in den anderen Bundesländern, bin ich natürlich dafür verantwortlich, politisch, dass der Laden rennt, gewissermaßen. Das ist schauen, dass nichts klemmt. Das ist ein bisschen auch Mangelverwaltung. Das ist Löcher stopfen. Das ist die Dinge einfach schauen, dass sie laufen. Mit all dem Licht und dem Schatten, das damit verbunden ist, weil natürlich wir alle das Gefühl haben, das Bildungssystem hängt nicht ganz dort, wo es hingehört. Also man hat ja schon den Eindruck, die Welt dreht sich schneller als das Bildungssystem. Und dazwischen klafft irgendwo eine Lücke, wo das Bildungssystem droht, aus der Zeit zu fallen. Also wenn du sagst, wir haben uns 2012 zum ersten Mal getroffen, dann ist es ja gefühlt nicht besser geworden die letzten elf Jahre, sondern natürlich ist vieles passiert, auch Gutes, muss man sagen. Können wir nachher gerne darauf schauen. Und insgesamt aber ist die Erneuerungsgeschwindigkeit des Teilsystems Schule nicht dort, wo es sein müsste, damit es auf Höhe der Zeit ist. Und da hat Wiederkehr beschlossen, und ich bin da als Berater jetzt auch ein paar Monate aktiv dabei gewesen, bin jetzt am Auslaufen in diesen Wochen, zusätzlich Erneuerungsimpulse hineinzugeben, also Inseln des Neuen zu schaffen. Und das ist zum Beispiel das Wiener Bildungsversprechen, wo er jetzt gerade verkündet hat, dass zusätzliche zwölf Schulen reinkommen. Das ist ein Organisationsentwicklungsprozess, also da begleitet er Mittelschulen mit Expertinnen und Experten in ihrer Entwicklung. Also so wie wir eigentlich auf Unternehmen schauen, auch auf Non-Profit-Organisationen, dass wir sagen, gehen wir auf Klausur, gehen wir an strategische Schwerpunkte und so weiter. Das haben wir ja, Schule haben wir nie so gedacht. Da haben wir gedacht, das muss man nicht entwickeln. Ja, natürlich. Jeder Kirchenkorps entwickelt sich mitunter bewusst. Und so soll man auch Schule sehr bewusst entwickeln. Und da hat er ein professionelles Begleitprogramm gestartet. Und das wird jetzt vergrößert. Oder auch die Wiener Bildungschancen. Da sind vier Millionen jetzt ausgesteckt fürs heurige Schuljahr. Das finde ich großartig. Da kann sich jede Pflichtschulklasse in Wien im Gegenwert von circa 700 Euro Zusatzangebote abrufen. Von über 120 mittlerweile Initiativen, die sich dort akkreditieren haben lassen. Also die werden Qualitätsgecheckt. Da sind Initiativen dabei, die sagen, hey, wir haben Antworten auf Mobbing. Wir haben einen Bewegungsschwerpunkt. Wir haben einen Demokratieschwerpunkt. Wir haben einen Entrepreneurship-Schwerpunkt. Was auch immer. Genderschwerpunkt. Was die Klasse interessiert. Haben wir ein Aggressionsthema, dann werde ich ein anderes Angebot einbuchen als Klasse. Also da kann jeder Elternteil im Klassenforum beim Klassenabend sagen, hey, haben wir uns das schon abgeholt? Wahrscheinlich sind es sogar mehr als 700 Euro, weil sich es nicht alle abholen werden. Aber die Idee auch von außen Impulse hineinzubringen ins Schulsystem. Und ein weiterer Leuchtturm ist dieser Bildungshub, Innovationshub, der kommen wird. Da läuft gerade eine Art Machbarkeitsstudie. Das heißt, einen physischen Ort zu schaffen. Wo man sagt, hey, wir führen hier zum Beispiel innovative Lehrerinnen und Lehrer zusammen mit Initiativen, Startups. Wir wollen voneinander lernen. Wir wollen die kleinen Inseln eben zusammenschließen zu Inselgruppen. Die wollen wir groß machen. Darum geht es. Ja, und das Wiener Bildungsfestival war ein weiterer solcher Leuchtturm. Da haben wir 500 Leute versammelt, die einen Tag lang sich einfach auch erfreulichen Themen gewidmet haben, aber auch schwierigen Herausforderungen, unter anderem die gemeinsame Sprache Deutsch. Ganz klar, das muss funktionieren. Wenn wir wissen, muss besser funktionieren wie bisher. Wenn wir wissen, dass über die Hälfte der Erfolgsschülerinnen und Erfolgsschüler nicht Deutsch als Muttersprache haben, dann bedeutet das für mich zweierlei. Erstens, sie haben eine Muttersprache, die ein weiteres Universum darstellt. Also jede Sprache ist ja auch ein Geschenk, ein Universum, das mich bereichert. Das ist super für das Individuum, auch für uns als Volksgemeinschaft, als Wirtschaft. Gleichzeitig muss diese Person Deutsch lernen, meines Erachtens, weil die gemeinsame Unterrichtssprache Deutsch muss einfach funktionieren. Wenn sie nicht funktioniert, das ist zwar lustig in der American International School, dann machen wir auf Englisch, aber ansonsten flüchten halt alle, die können, nehmen ihre Kinder und gehen woanders hin und du hast irgendwo dann Brennpunktschulen. Und das ist auch nicht gut. Also ganz ehrlich gesprochen, hätte ich Deutsch nur durch den Fernsehsender gelernt und dann am Mittagstisch, dann würde ich es halt auch nicht so können, wie ich es jetzt kann. Deswegen müssen wir muttersprachlich fördern. Sonst haben wir den Zustand, dass mitunter 15-Jährigen nicht gerade Türkisch können und nicht gerade Deutsch. Und damit ist niemandem geholfen. Das ist ja, glaube ich, das Problem, dass man, also wie du sagst, es geht zwar etwas Positives weiter, aber de facto ist Bildungspolitik ja doch immer Diskussion über Unterrichtssprache Deutsch, über Mobbing hast du angesprochen, über viele Probleme, die wir schon sehr lange haben eigentlich und noch immer keine allumfassende Lösung gefunden haben. Und die mediale Debatte dreht sich dann aber teilweise um Sachen wie, wie wird KI-Bildung verändern, wofür dann ja gar kein Platz mehr ist, wenn man so viel mit Pflaster beschäftigt ist. Ja, war ja auch beim FASMA mit drin für die neuen Lehrpläne. Es sind ja zeitgleich eingeführt worden, dass das neue Pflichtfach Digitale Bildung, da ist was gelungen. Also ich will auch respektieren, was gelingt, dass das jetzt verpflichtend ist. Kann man vieles bemängeln, also wie der Rollout mit den Gratis-Laptops oder fast Gratis-Laptops. Sind die Lehrer schon fit, die dort unterrichten? All das werden Challenges sein, weil wir halt wissen, dass natürlich manch ein Zwölfjähriger auf diesen Geräten besser drauf ist, als er je ein Lehrer sein kann, möglicherweise. Das sind Digital Natives, die haben da einen Startvorteil, den kannst du mit 45 Jahren nicht aufschulen lassen, mitunter. Dennoch, da ist einiges gelungen. Also ich komme ja aus einer Zeit, wo vor allem ÖVP, SPÖ nämlich 100 Jahre, über 100 Jahre gestritten haben, Gesamtschule ja, nein. Und die einen haben gesagt, das ist das, also wenn wir die Gesamtschule endlich haben, dann ist alles gut. Und die anderen haben gesagt, das ist Teufelszeug, das ist Kommunismus, brauchen wir nicht. Und dann haben sich die zwei angeschaut, die sich ja die Republik geteilt haben über Jahrzehnte. Und dann haben sie gesagt, ja dann können wir nichts machen, sind wir uns nicht einig. Und dann sind sie heimgegangen. Und ich finde schon, dass in den letzten 15 Jahren, und da würde ich auch einiges für die NEOS reklamieren, dass wir, wir waren die erste Parlamentskraft, die einfach Bildung als Top-Thema gesetzt haben und auch kampagnisiert haben, dass irgendwie man sich nicht damit begnügt, zu sagen, ja können wir halt nichts machen. Es gibt tausend andere Themen. Zum Beispiel haben wir das Thema Sprachförderung höher gehängt als früher. Es ist immer noch nicht dort, wo es sein muss. Weil eines ist völlig klar, Kinder im Alter von vier bis sechs, von drei bis sechs, die sind wie ein Schwamm. Wenn wir denen also irgendwo was zum Sorgen geben, sei es die deutsche Sprache, dann ist es behaupte ich für 95 Prozent möglich, dass sie gerade Deutsch können mit Sechse. Das heißt, wenn das nicht gelingt bei 95 Prozent, dann haben wir strukturell versagt. Dann ist es nicht deren Verschuldung. Dann hat das System noch nicht ausreichend gute Antworten gegeben. Das heißt, wir haben höhere Sensibilität, wobei ich für diese Anträge zum Beispiel im Parlament nie Mehrheiten bekommen habe. Das hat irgendwie die ÖVP und die FPÖ nicht interessiert. Vor allem die einen sagen, das ist ein Ausländergefrastes auf die Art, die wollen wir insgesamt nicht. Die SPÖ hat es interessiert? Die SPÖ hat hier einen differenzierteren Blick drauf, aber ist jetzt auch kein großes Herzensanliegen. Da habe ich den Eindruck. Die Grünen sind da schon aufgeschlossener. Da waren wir auf einer Linie an. Dass wir sagen, ja, die Muttersprache ist das Trampolin für Deutsch als Zweitsprache. Also gelingt die Muttersprache nicht, wird auch Deutsch nicht gut gelingen. Wo ist mehr Sensibilität? Ich glaube jetzt beim Thema mentale Gesundheit, da reden wir schon viel drüber. Die Antworten kommen von der Seite, noch nicht aus der Schule heraus. Deswegen die Bildungschancen zum Beispiel. Für mentale Gesundheit kann man sich auch Unterstützung holen in die Klassen in Wien, in die Pflichtschulklassen. Dafür ist das Land zuständig. Die Bundesschulen, da ist ja der Bund zuständig. Auch darüber sollte man diskutieren. Das ist nicht gut aufgehängt, finde ich, strukturell. Ja, da kann man, auch mit unserer Mega-Bildungsmillion, arbeiten wir ja bei der Thema Chancengerechtigkeit immer in die Sachen hinein, in diese Themen. Wie können wir gerechte Chancen auch schaffen? Jetzt musst du kurz erklären, was die Mega-Bildungs-Million ist. Die Mega-Bildungs-Stiftung ist eine Stiftung, die von einerseits von der B&C-Privatstiftung, die B&C ist die Mehrheitseigentümerin von Lenzing, Amag, Semperit, also die größte private Industriegruppe in Österreich, Industriebeteiligungsgruppe und von der Berndorf-Privatstiftung. Berndorf ist ein kleiner Mischkonzern, wenn man so will. Kommt aus einem Management-Buyout, also hat man in den 80er, 90er Jahren aus der Verstaatlichen rausgekauft, hat sich großartig entwickelt. Manche werden das Besteck kennen von Berndorf oder die machen auch Edelstahl, Freibadewanen und so weiter. Machen verschiedenste Dinge. Ganz großartiges Unternehmen und die beiden Unternehmen haben gesagt, wir wollen in die Bildung investieren, wir stiften hier 5,5 Millionen und legen jedes Jahr auch gute Millionen drauf und damit haben wir die Mega-Bildungs-Stiftung gegründet und die lobt zum Beispiel jedes Jahr aus eine Million, entweder für Chancen-Fairness, also wie können wir verbessern die Chancen von Kindern, dann wie können alle Talente auch in die Entfaltung kommen, weil Bildungschancen ganz stark davon abhängen. Also wenn ich sage, okay Stefan, wie schauen deine Bildungschancen aus oder Lena oder Ali, dann wird in Österreich diese Frage entlang des Umstands beantwortet, na das kommt darauf an, was dein Papa ist und deine Mama. Also es wäre ja grotesk zu glauben, dass der Herrgott irgendwie mit seinem Wäschebeutel an Talenten durchgeht und sagt, autochton, kriegst Talente, syrische Abstammung, türkische, da gehen wir vorbei, kriegst keine Talente. Nein, ich glaube in jedem Kind wohnen Talente, die wollen nur eines, in die Entfaltung. Und wir wissen aus der Statistik, dass wir, jetzt haben wir ja im Sonderschulbereich umstrukturiert, heißen auch nicht mehr so, wir haben über Jahrzehnte gesehen, dass wir Gastarbeiterkinder oder Ausländerkinder oder jetzt sagen wir jugendliche Kinder mit Migrationshintergrund, dass die völlig überrepräsentiert waren in Sonderschulen. Und da darf man kritische Fragen stellen, ist niemand aufgefallen über Jahrzehnte oder zumindest hat niemand was getan. Wir haben das dann begonnen zu thematisieren, natürlich auch im Nationalrat, weil das natürlich tragisch ist, also das ist menschlich tragisch, das ist volkswirtschaftlicher Wahnsinn. Also wenn ich ein Kind habe oder eine Bartentochter, die ist 17 und ich stehe mich vor sie hin und sage, hey Lena, oder eben Ali, du hast Talente, Einzigartige, aber leider, du wirst deine Flügel nie spannen können. Geht sie nicht aus. Falsche Herkunft. Das ist doch ein unendlich trauriges Bild. Gebrochene Flügel mit 17, weil irgendwie falsche Nachnahme oder in der Geburtslotterie nicht gewonnen. Aber woran, also wie du sagst, ich glaube natürlich auch nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat, woher du kommst. Natürlich hat jeder dieses Potenzial. De facto, also ich bin zum Beispiel der Erste in meiner Familie, der studiert und ich merke schon, dass das ein bisschen unsichtbare Wand ist, so wenn man das dir dann nicht erklären kann, wie das von ihnen ausschaut. Das ist nicht unmöglich, also es war nicht einmal so schwierig möglich, aber es war schon etwas anderes als die Erfahrung von meinen Freunden, die halt aus langen Akademikerfamilien kommen. Woran liegt es, dass wieder so viele verlieren? Weil ich wüsste nicht, wo ich jetzt hinzeigen soll mit dem Finger, wenn ich auf das Problem zeige. Wir wissen aus Studien, dass der Abstand zwischen Kindern aus Familien mit bildungserfinnen Eltern und jenen mit bildungsfernen Eltern in Sachen Bildungserfolg am Alter von zehn kann der bis zu eineinhalb Jahren betragen. Das baut sich halt über die Jahre auf. Und da muss, finde ich, Bildung ist öffentliches Gut. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir dürfen Bildung nicht privatisieren. Das ist keine Aufgabe für den privaten Markt, sondern die Basisbildung, also Pflichtschule, ist öffentliches Gut. Das hat der Staat bereitzustellen. Alles andere halte ich für Sprengstoff für die Gesellschaft. Und das hat sehr viel mit Sozialkapital auch zu tun. Also es sind ganz viele unsichtbare Dinge, so wie du es nur ansprichst und selbst erfahren hast. Also wir wissen natürlich, dass auch der Umstand, dass eben Eltern nicht so vernetzt sind oder dass es gibt viele hunderttausende Haushalte in Österreich, wo kein einziges Buch zu finden ist. Da hast du natürlich ganz andere Rahmenbedingungen, Voraussetzungen. Und das ist jeden Tag ein Löffelchen an Chance, dass dir einverleibt wird, ohne dass es du merkst. Weil da Bücher herumliegen, weil der Papa erzählt oder die Mama von ihrem sozialen Kontext, von ihrem beruflichen Kontext, weil vielleicht dann auch die ersten Ferialjobs anders gelingen, weil der Freundeskreis andere Möglichkeiten hat und die Peers werden dann, also die Gleichaltigen werden ja dem Alter von, wenn wir halt pubertieren, werden die extrem relevant und entscheiden mit auch über die Chancen, die dir angedeihen, weil du natürlich abschaust. Da werden dann die Eltern, das erlebe ich gerade bei drei Pubertierenden, nicht weniger wichtig. Die Peers schieben an. Das heißt, wo muss man ansetzen? Man muss zum Beispiel mehr Lebensrealitäten in die Schule holen. Ich bin Schirmherr auch, ehrenamtlicher Schirmherr bei Sintbad. Die machen One-to-One-Mentoring. Das heißt, die laden Mittelschülerinnen und Mittelschüler ein, dass sie auf ein Jahr sich einen Mentor nehmen, eine Mentorin, das sind Young Professionals, die sich freiwillig melden, die dabei auch was lernen, weil Mentorenschaft immer auch Wechselwirkung hat, also auch der Mentor lernt was. Und dann geht für diese jungen Menschen, die oft aus Haushalten kommen, wo man sich nicht so um sie kümmern kann oder wo die wirtschaftlichen oder sozialen Hintergründe so sind, dass halt die Kinder, Jugendlichen oft ziemlich auf sich allein gestellt sind, plötzlich geht hier eine neue Welt auf. Da kommt jemand, der schon im beruflichen Leben steht erfolgreich und diskutiert mit dir Fragen. Was ist dir wichtig im Leben? Was sind deine Bedürfnisse? Was sind deine Talente? Welche Sehnsüchte wohnen in dir? Was hast du eigentlich vor jetzt? Nächstes Jahr kommt dir eine Weiche. Welche Lehre kannst du dir vorstellen? Oder interessiert dich eine weiterführende Schule? Aha, diese Lehre interessiert dich. Du, dann schauen wir mal, ob wir Schnuppermöglichkeiten finden. Also die haben einen Sparring-Partner, der mit ihnen das organisiert. Und plötzlich wachsen denen Flügel, bist du deppert. Das ist berührend, was da innerhalb eines Jahres passiert. Aber offensichtlich muss es aus der Zivilgesellschaft kommen. Weil in der Schule sind wir strukturell nicht fähig, so auf das Individuum hin zu zoomen. Das finde ich schade. Sollte Schule fähig sein dazu, das haben wir nicht. Und da mache ich jetzt keinem einzelnen Pädagogen einen Vorwurf. Wir sind halt so organisiert. Weil es gibt viele beherzte Pädagoginnen und Pädagogen, aber es gibt auch viele dumpfe Dinge. Heute in der Früh bin ich mit einem gesessen, so ein Bildungssystem, da hat man berichtet, okay, wenn du zum Beispiel als Pflichtschullehrer einen Auslandstermin wahrnehmen willst, sei es, du bist irgendwo nicht als Pflichtschulle, als Lehrer der Bundesschulen, einen Auslandstermin wahrnehmen willst, muss der vom Ministerium bewilligt werden. Es sind 50.000 Lehrerinnen, Lehrer, sind davon betroffen. Also so von Fortbildungen zum Beispiel. Ja, genau. Ich will eine Fortbildung machen und will, keine Ahnung, bin in Oberösterreich, wohne irgendwo von mir aus in Braunau und will rüber nach Passau. Muss irgendjemand an einem fremden Schreibtisch in Wien mir einen Stempel drauf geben. Das kann Wochen dauern. Das kann man doch anders organisieren, Halleluja. Das kann doch ein Schuldirektor besser entscheiden oder eine Direktorin. Der will da drüben, keine Ahnung, der will halt in Vorarlberg, der will in der Schweiz sich was anschauen, wie die das machen dort in dieser Schule. Ja, dann soll er gehen. Also das meine ich mit Autonomie, Freiraum geben, aber auch Verantwortung geben. Weil genau diese Begriffe sind ja eigentlich jetzt nichts, womit ich Österreich assoziieren würde. Also ich finde diesen Mentoring-Gedanken cool, dass man gerade Leute, die vielleicht einfach nur nicht den Gedanken hatten, da kommt eine weiche, was tue ich jetzt, was für Möglichkeiten habe ich überhaupt und die das vielleicht gar nicht wissen, die so ein bisschen an der Hand zu nehmen. Aber eigentlich ist es ja das Grundversagen schon, dass dieses an der Hand nehmen nötig ist, oder? Weil unsere Mentalität halt einfach nicht vorsieht, dass man das irgendwann ab einem gewissen Alter selber entscheidet und alle Informationen hat. Genau. Ja, ja, eh. Du wirst da irgendwie, also das beginnt damit, dass ich war eben im Parlament, dass wir für Siebenjährige wieder die Ziffernoten eingeführt haben, weil einfach diese Koalition damals auf schwarz-blau befunden hat. Wir brauchen ein bisschen mehr Law and Order für Siebenjährige, weil die Welt ist so komplex geworden und die Kinder sind so schwierig geworden. Denen müssen wir wieder zugefahren mit einer möglichen Nichtgenügend für Siebenjährige. Das ist eine ganz wichtige Information für den Maxi mit Sieben, dass die Republik dich für Nichtgenügend befindet. Dass er jetzt schon hinten ist. Ja, also ich bin ja kein Feind von Leistung. Ich glaube, als liberaler Parteimitbegründer stehst du nicht unter Verdacht, dass du leistungsfeindlich bist. Ich bin auch sehr unternehmerisch und seit meines Erwachsenenlebens unternehmerisch tätig, mehr oder minder, oder ehrenamtlich tätig mit unternehmerischer Grundhaltung. Aber wir müssen doch nicht den Siebenjährigen mit Noten ins Gesicht fahren. Die sollen Feedback bekommen. So wie, da haben sich ganz viele Pädagoginnen und Pädagogen dann nach Abschaffung der Ziffernoten für Siebenjährige über alternative Feedbacksysteme Gedanken gemacht. Ich habe das selber erlebt bei den Kindern. Die sind nach Hause gekommen mit Zettel, wo eine Hand drauf war. Und da war bei jedem Glied des Fingers, der fünf Finger, war ein Thema eingeschrieben. Und meine Tochter hat mir erklärt, zum Halbjahreszeugnis, schau Papa, den Zeigefinger habe ich schon fertig da. Beim Mittelfinger, da fehlen mir noch zwei. Beim Daumen bin ich fertig. Das heißt Level-Anzeige. Genau. Welche Themen stehen noch an im nächsten Halbjahr? Was kannst du schon gut? Wo werden wir gemeinsam noch hineinarbeiten? Und ich bin ein Montessori-Fan. Auch wir waren an Montessori-Klassen. Im öffentlichen Schulsystem, da gibt es das ja auch. Und allein, dass sie dort respektieren, eigenes Lerntempo. Dass meine Tochter daheim kommt, sie ist auch schon zehn Jahre her, aber sie sagt, über zehn Jahre. Aber Papa, wenn ich frage, was hast du heute gemacht? Ich habe heute das F gelernt. Ich sage, ja, das F, super. Und das hat eine Freundin gelernt. Die gestern bei uns war, auch das F, nehme ich an, sagt sie, na, die hat das M gelernt. Ich sage, ja, das gibt es, das war aber bei mir nicht möglich. Wie ist das möglich? Na, das entscheiden wir selbst, Papa. Die wissen, dass sie sich das ABC einverleiben sollen und dann bekommen sie Verantwortung. Und wie sie das organisieren? Eine hohe Selbstverantwortung, hohe Freiheit. Für Siebenjährige, für Sechsjährige in dem Fall. Und das taugt ihnen. Weil natürlich mit der Zwangsbeglückung treiben wir den Leuten natürlich die Freie am Lernen aus. Das ist noch da im Kindergarten. In der Volksschule geht es dann schon langsam zur Neige. Und wir sind extrem defizitorientiert in unseren Schulsystemen. Wir sagen dir, also wir wissen auch genau, wo du ungenügend bist, wo du nicht genügend bist. Aber wenn ich den 13-jährigen Stefan gefragt hätte, wo sind deine Talente? Hätte wahrscheinlich keine Antwort gehabt. Er hätte gesagt, nicht Mathe. Nicht Mathe, genau. Er hätte also von quasi Erfolgserlebnissen berichten können, wo er gescheitert ist oder wo er nicht gut ist. Da können sie Bücher schreiben, die 13-Jährigen. Aber die Frage, wo sind deine Talente? Da schauen sie dir an, wie Autobus. Ich bin viel in Schulen und sage, vielleicht sagt einer Fußball, der andere sagt Gaming, die nächste sagt, keine Ahnung, Tanzen. Aber die meisten sagen, diese Frage hat man noch niemand gestellt. Keine Ahnung. Und dann zitiere ich Aristoteles, der sagt, okay, wie ist das mit Berufung? Aristoteles sagt, die Berufung liegt dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Also was kannst du gut? Was schlummert da in dir zur Entfaltung? Was machst du dann meistens auch gern? Das geht dir einher, wenn ich ein Talent habe, dass ich es gern mache. Jemand, der gut singt, der singt auch gerne meistens. Jemand, der einen grünen Daumen hat, der tut auch gerne garteln. Jemand, der eine praktische Hand hat, der tut gerne Schrauben hobeln, wie auch immer. Und was war das bei dir? Weil du hast jetzt eh schon im Laufe dieses Podcasts und wir reden noch gar nicht so lange sehr viele verschiedene Projekte angeredet, die alle nach Neos waren. Davor Neos, davor weiß ich nicht genau, was du gemacht hast. Was war so quasi bei dir das, erstens, was du gut kannst? Was ist da die gemeinsame Klammer? Und wie du es rausgefunden hast? Bleib noch bei diesem Gedanken Aristoteles, dass dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Das heißt, was kannst du gut? Wo sind deine Talente? Und wo kann man das jetzt brauchen? Wo kann die Zeit das brauchen? Da muss man auch genau hinschauen, weil der Fluss der Zeit, also wenn man sich vorstellt, das sind zwei Flüsse, deine Talente und die Bedürfnisse der Zeit, dort, wo sich die zwei Flüsse treffen, dort werfe Anker, dort liegt deine Berufung. Und nachdem die jungen Leute ihre Talente nicht kennen, weil sie niemanden danach gefragt haben, kommen die oft in ganz falsche Berufsentscheidungen, Berufswahlentscheidungen und Schullaufbahnentscheidungen. Und weil sie einfach den Erwartungen der Eltern hinterher hechten, der Papa ist Tischler, also werde ich auch Tischler, oder der Papa ist Arzt, also versuche ich auch Arzt zu werden oder Ärztin oder wie immer. Bei mir war es so, dass ich immer viel ehrenamtlich gearbeitet habe. Und eigentlich habe ich all meine beruflichen Engagements übers Ehrenamt bekommen. Das war nicht mein Kalkül. Also ich habe nicht gesagt, ich mache ein Ehrenamt, um einen Beruf daraus zu machen, aber ich war Landesschulsprecher und habe dann Trainerausbildungen gemacht, mit 17 schon, und habe dann ehrenamtlich gearbeitet für die Schülervertretung als Student und auch dann später bezahlterweise als Trainer, als Teamentwickler, als Kommunikationstrainer. Und war dann ÖH-Vorsitzender und Tutor, also Hochschülerschaftsvorsitzender in Innsbruck, auch mit jungen Studierenden gearbeitet als Tutor, habe dann eine Train-to-Trainer-Ausbildung gemacht. Da habe ich sehr viel über Organisationsentwicklung gelernt und habe dann am Anfang ehrenamtlich und dann später bezahlt in Non-Profit-Organisationen als Organisationsentwickler, Teamentwickler gearbeitet und plötzlich haben mich Firmen geholt. Und nach meinem Studium habe ich beschlossen, ich mache mich in dem Bereich selbstständig. Und dann bin ich aber eingeladen worden, als parlamentarischer Mitarbeiter von Karl-Heinz Kopf, damals ÖVP-Abgeordneter. Und plötzlich war ich auch im Parlament, weil der gesehen hat, aha, der war Landesschulsprecher und so weiter und der war ÖH-Vorsitzender. Also der muss ein politischer Kopf sein und da irgendwie engagiert in Vereinen ist er auch. Er war auch in der Blasmusik und so weiter, habe dort auch meine Erfahrungen gemacht als Schriftführer, erster Klarinettist und so weiter. Goldene Erinnerungen, die ich zum Beispiel heute brauchen kann für meine Kunstprojekte in der Musik. Und so war er plötzlich dann Teamentwickler, war Organisationsentwickler, war plötzlich dann auch Politikberater und dann haben wir große Aufträge bekommen, auch von BMW damals und haben uns in ein GmbH gegossen, wir als zwei Gründer, mein Partner und ich damals. Und so hat das einfach seine Entwicklung genommen. Und die Parteigründung kam auch über die Leidenschaft für die Politik einfach. Plötzlich war klar, wir halten diesen Stillstand von Rot-Schwarz nicht mehr aus, das kann man sich ja, das war halt, die Nullerjahre waren von Stillstand geprägt. Schon von der 10er Jahre auch noch. Ja, auch. Jetzt haben wir auch eine Art von Stillstand, aber jetzt haben wir einen lauten Stillstand, also jetzt haben wir einen konfusen, verwirrenden Stillstand, weil es werden ja die großen Themen nicht angepackt, also weder das Pensionssystem so aufgestellt, dass es enkelfit ist, noch Bildungssystem, noch hat man den Eindruck, dass wir fähig sind, das Gesundheitssystem so zu organisieren, dass es nicht in ein Zweiklassensystem abgleitet. Aber dafür diskutieren wir, was normal ist. Genau. Es fühlt sich so an, als würde irgendwie ein öffentlicher Diskurs stattfinden. Ja, es wird ganz viel und ganz heiß diskutiert, so heiß wie noch nie, zu meinen Lebenszeiten, so polarisiert. Jedes Thema polarisiert sofort aus, gibt es auch kaum in der Mitte die Möglichkeit eines intellektuell integrenen Diskurses, weil einfach die Ränder so laut und so schrill geworden sind. Das haben wir bei Corona gesehen, das haben wir bei Ukraine jetzt gesehen und diesem Angriffskrieg der Russen. Das sehen wir jetzt, Hamas und Israel. Aber das wäre interessant, wie du das siehst. Warum ist das so? Weil du bist ein Media-Mensch. Warum ist das so polarisiert geworden? Was wäre deine Erklärung? In jedem Thema. Das erste Mal, dass man mir eine Frage stellt im Podcast wahrscheinlich, und gleich die, woher kommt Polarisierung? Ich glaube, das ist ja etwas, was du in deinem Album thematisierst. Ich glaube, dieses einfache Angebot, also bei uns kommt es wahrscheinlich hauptsächlich von den Rechten, aber wie du sagst, eigentlich von beide Ränder, nur bei uns historisch eher von den Rechten, dass das alles nicht so schlimm ist. Also die Welt wird immer komplizierter, es passieren immer mehr Dinge. Da ist die einfache Antwort immer mehr die Trumpfkarte quasi. Der Populismus wird immer attraktiver. Und dann überlegt sich ja, ich glaube, weiß nicht, wann das losgegangen ist, war 2015, 16, haben dann irgendwann alle gefragt, wie werden wir auch populistisch, weil es ist ja the way to go. Dann kann man sich ja irgendwie nicht entziehen wahrscheinlich. Und ich merke es ja auch, weil ich muss auch knackigere Titel schreiben. Wo es mich nicht stört, weil ich glaube, es liegt mir. Aber eigentlich ist es schade, weil ich halt weiß, wenn ich es weniger knackig machen würde, würde es wahrscheinlich weniger gelesen. Also die Sehnsucht nach Schwarz-Weiß ist es, oder? Irgendwie. Wann wird die Welt endlich wieder so einfach schwarz-weiß? wie sie, klar man niemals war natürlich, aber natürlich als Kind des Kalten Krieges bin ich in einer Zeit aufgewachsen, die war schwarz-weiß. Wir waren die Guten, die anderen die Bösen. Hättest du jetzt von Kapitalismus, Kommunismus, so Fläsch-Gelophobie? schon von Kapitalismus, Kommunismus. Einfach, wir waren in der westlichen Sphäre und Österreich hat sich da dazugezählt, wir waren die Guten und die drüben waren die Bösen. Und das war die Großwetterlage. Und die drüben haben gesagt, wir sind die Guten und da drüben, über dem Zaun, sind die Versifften, die Verführten, die moralisch Verirrten. haben sie es zwar nicht ausgesucht, aber war halt so. Und diese Sehnsucht ist riesig, deswegen funktioniert auch das Oktoberfest und Gabalier und so. Das ist quasi für einen Abend einmal die Lederhose überwerfen und wir tun so, als gäbe es keine Probleme. Wir biemen uns quasi in die gute alte Zeit zurück und dagegen spricht auch nichts. Nur das ganze Jahr die Lederhosen anhaben, dagegen spricht einiges, weil dann bin ich in der Verleugnung. Und wenn wir den Status Quo verleugnen, also wenn wir nicht anerkennen wollen, dass die Welt einfach volatil, unsicher, komplex und ambivalent ist, dann müssen wir in die Verleugnung gehen. Die Corona-Leugner, die halt dann gesagt haben, naja, ich mache mir die Welt jetzt wieder schwarz-weiß, weil diese vielen Grautöne und diese vielen Farbtöne halte ich nicht mehr aus. Deswegen stehe ich jeden Morgen auf und ich weiß, der Gates hat es erfunden und der Verrückte aus Davos und damit ist die Welt für mich wieder einfach. Den ganzen Tag bin ich orientiert. Erstaunlicherweise gab es ja auf der wissenschaftlichen Seite auch welche, die in die Vereinfachung geflüchtet sind und gesagt, fünfmal stechen und alles ist vorbei. Was natürlich auch gelogen war, auch die Sehnsucht nach einer einfachen Antwort. Die war schon ein bisschen wissenschaftsgeleiteter natürlich, aber dogmatisch natürlich. Und auch die Wirklichkeit ist, wir waren nicht fähig zu diskutieren. Nach Alter, nach Risikoprofil zu differenzieren, das war alles nicht möglich, bis von beiden Seiten da schlagen worden. Dasselbe, ich wollte eben vorschlagen, zum Album in Deutschland habe ich die Frage gestellt, in Medienbeiträgen, die ich versucht habe zu platzieren, Gastbeiträgen, wo sind die 100 Millionen, Milliarden für den Frieden, weil wir haben ja, Deutschland hat ein Sondervermögen von 100 Milliarden aufgestellt für Verteidigung und für Militär. Und das ist, als Ösi sage ich, ja super, wir sind ja Drittbrettfahrer, nachdem es in Österreich keine Sicherheitsdebatte gibt, weil ja die Neutralität die Antwort auf alles ist. Und das ist natürlich so, wie wir es leben, eine Lebenslüge, weil das war im Kalten Krieg schon gelogen, wie wir wissen, aus russischen Archiven oder aus sowjetischen, die hätten... Oder auch jetzt mit die ganz russischen Spionen. Jetzt natürlich gelogen, aber es ist eine einfache Antwort. Ich kann jeden Morgen aufstehen und sagen, boah, die Welt ist schon sehr kompliziert, aber ich muss mich jetzt so nicht verhalten, weil ich bin ja neutral. Und ist das vielleicht deswegen, weil die komplizierte Antwort, ich glaube, die Leute verstehen das schon, wenn man es ihnen erklärt. Also jetzt auch aus meiner Erfahrung mit Gesprächen mit, jetzt kann man nicht mehr normale Leute sagen oder dass das parteipolitisiert ist, aber wirklich normale Leute, wir haben durchschnittlich ein politisches Interesse. Ich kann schon meistens erklären, warum wer in der Politik was sagt und was man sich davon erhofft und der muss gerade mit dem tauschen, deswegen kann er das nicht so sagen, deswegen muss er so und so. Das kann man schon erklären. Das Blöde ist, die meisten bringt es nichts, wenn ich das sage, weil die wollen halt eine Reform. Und ich kann erklären, warum es gerade keine gibt, weil Politik halt so ist und kompliziert, aber das interessiert dann keinen. Mit der Antwort kann man nicht arbeiten mit der Schweren. Sie ist schon zumutbar, genau wie in der Außenpolitik ist auch alles sehr komplex, kann man erklären, aber wenn dann am Ende trotzdem kein Frieden steht, dann kann man mit der Antwort ja nichts anfangen eigentlich, oder? Ja, wahrscheinlich, wir sind so zugedröhnt wie keine Generation vor uns mit einfach Informationen, Reizüberflutungen, Desinformationen. Wir haben durchschnittlich auch nicht das Interesse und die Zeit, uns ausführlich damit zu beschäftigen. Und kümmere dich einmal um ein ausführliches Verständnis des Nahostkonflikts, dann bist du einmal, das kostet dich Zeit. Und wo nimmst du her? Jeder von uns ist ein bisschen gestresst oder die ganze Frage der Integration oder ausländische Arbeitskräfte etc. Und da helfen dann halt so identitätspolitische Antworten helfen, weil wir haben alle natürlich eine Suchspannung nach Identität. Dadurch, dass die Welt eben der Wucca ist, volatil, unsicher, komplex, ambivalent, ständig in Bewegung, immer unsicherer wird. Jede Sekunde wird uns gleichsam ins Ohr geblasen, was du tun und lassen sollst. Also Stefan, nicht diese Schuhe, sonst bist du falsch positioniert am Hochzeitsmarkt oder was weiß ich, nicht die Frisur, dann bist du falsch positioniert am Arbeitsmarkt und ohne diesen Pullover wirst du nie was reißen und ohne diese Zusatzerausbildung und ohne diese, keine Ahnung, Sneakers. Also es wird uns permanent zugerufen, vor allem auch über soziale Medien, was wir sein sollen und was wir tun sollen. Und diese Dinge widersprechen sich ja. Also schaue ich bei meinen Töchtern mit auf TikTok, auf 50 Interview, auf 50 Kurzvideos. Jedes dieser Videos hat einen Call to Action, also latent oder Manifest. Also explizit, du sollst gartenschlank sein oder du sollst eben einen Arsch wie Kim Kardashian haben. Und dann überlegt sich die Zwölfjährige, wie geht sich das aus? Wie kann ich also einen ordentlichen Arsch haben, das ist jetzt ihn, und eine ordentliche Oberweite, das ist noch mehr ihn und leicht sich dabei super schlank sein. Und das sind Zurufe, die sich nicht ausgehen für eine Zwölfjährige. Deswegen beschließen manche, jetzt esse halt was und kotze es nachher wieder und beschließen es immer mehr. Also diese Art von Verwirrung stellt sofort Identitätsfragen. Was heißt das für mich? Deswegen rauchen auch so viele Bott oder halt Cannabis. Ich finde das total problematisch, wie viele Junge mit 14 Potrauchen, aber das ist Weltflucht. Weil sie sagen, ich habe mal 200 TikTok-Videos reingedröhnt, da steht da der Kopf irgendwo, was wollen die eigentlich alle von mir? Weil alle wollen was von mir, ohne dass man es jemandem explizit sagt, was sie wollen. Aber so, dass ich verstehe, was sie eigentlich wollen, diesem ganzen Wollen kannst du gar nicht nachkommen, also kannst du nur sagen, ich muss mich mal kurz abmelden. Jetzt muss ich mir mal zutröhnen. Das ist Weltflucht. Spricht nichts gegen einen Ofen, nur aus der Gehirnforschung. Die Wissenschaft sagt uns hier klarer als vor zehn Jahren, dass es natürlich, wenn die Gehirnentwicklung nicht ausgereift ist, dass das hochproblematisch ist. Und wenn ich halt jeden Tag einen Ofen rauche oder mehr, dann bin ich halt wahrscheinlich mit 17 auch matschig in der Birn. Deswegen sehe ich das nicht mehr ganz so cool wie vor 15 Jahren alles legalisiert. Ich bin für Legalisierung und für Freigabe, damit wir da eine Art von kontrollierten Ansatz auch hineinbekommen, was ist da für Zeugomatum und nicht das Meer rauchen, sondern dass wir, da sind wir unendlich verlogen, aber das hast du mir jetzt gar nicht auf das Feld geführt, aber natürlich die Welt führt uns auf dieses Feld. Da sagt, hier sind wir verlogen einfach. Hunderttausende konsumieren das und wir sagen, das ist kriminell. Dann müssen wir uns eine Debatte darüber führen, wie kann es sein, dass Hunderttausende kriminell sind. Oder ich sage einfach, Law and Order, alles Böse und meine eigenen Parteikader saufen oder koksen, wie die Ansah. Aber es verlogen ist es. Oder Chicken. Oder Chicken. Also Chicks sind ja auch ähnliches Verhältnis eigentlich, wenn du nicht sehr früh anfängst und das sehr früh übertreibst, kannst du es schon machen, spricht nichts gegen eine Chick oder halt schon ein bisschen, aber geht schon. Aber eigentlich, ich finde gerade faszinierend, du hast gerade eine Antwort mit Cannabis gemacht. Cannabis finde ich ein total spannendes Thema und es war das zweitspannendste Thema. Da muss ich zuerst noch zurückkommen mit dem TikTok-Feed, der dir sagt, dass du so und so ausschauen willst. Ich finde, da gibt es jetzt quasi, da formt sie langsam diese Gegenbewegung. Bei meinem TikTok-Feed, spricht vielleicht auch einfach für mein Bubble, ist mehr in Richtung, die Leute machen Videos darüber, dass es okay ist, da keine Antwort zu haben. Da machen ganz viele, in dem Fall betrifft es für alle Frauen, machen dann Videos, wie sie mit Filter ausschauen und posen, dann schalten sie den Filter ab und erinnern dich, dass niemand so ausschaut und dass das ungesund ist, was diese Filter machen. Und ich glaube, da finden, also gerade Gegenbewegungen stattfindet, da muss ich jetzt auch schon Jüngere als ich sagen, eine Antwort darauf, hoffe ich, glaube ich. Hoffe ich auch. Gleichzeitig müssen wir sehen, dass es unter Schmerzen stattfindet. Also die Zunahme an Depressionen bei den Jungen, an Ernährungsstörungen, an suizidalen Tendenzen, es sind weit über 100.000 zusätzlich aus der Altersgruppe der Jugendlichen hineingewachsen, allein in den letzten Jahren in Österreich. Also da ist was im Rutschen, im großen Stil, in Sachen mentale Gesundheit. Und das hat natürlich mit der Weltverfasstheit zu tun, also mit der Angst, mit der wir die Welt geflutet haben während Corona. Und die Angst hat nie mehr aufgehört, hat nur ein anderes Etikett bekommen, Krieg etc. Und diese Dinge dürfen auch zu Recht Angst machen. Aber wir haben nie gelernt, wie wir mit Angst umgehen. Wir haben nämlich die 21st Century Skills nicht in den Schulen verankert, um den Bogen zurückzuspannen. Also wir tun zwar Wurzeln ziehen, aber wie wir zum Beispiel uns selbst führen sollen, Selbstführung, Self-Leadership, wäre eine 21st Century Skill. Brauchen wir heute ganz anders als vor 20 Jahren, als sogar vor 10 Jahren, jedenfalls als vor 30 Jahren, weil wir viel zahlreicher verführt werden. Wie bin denn ich verführt worden als Jugendlicher? Ja, von FS1 und FS2. Und die haben aufs Testbild geschalten am 11 Uhr, am 8 Uhr. Und die Werbung, die da halt läuft. Und Werbung, natürlich war die da. Aber sie ist millionenfach stärker jetzt, die Verführung, Multipler. Also es sind nicht zwei Kanäle, sondern zu jedem Zeitpunkt Milliarden von Kanälen, die einer drucken. Und das heißt, wir müssten den Umgang damit lernen. Also die 4 Ks, der 21st Century Skills, Kommunikation, Kooperation, Kreativität, kritisches Denken und ich lege dazu Resilienz, Selbstführung. Das müssen wir alles von der Seite ins Schulsystem hineintragen, weil wir nicht fähig sind, es abzubilden im Fächerkanon zum Beispiel. Aber das ist ja, das sind ja Themen, die eigentlich mehr unter Self-Improvement laufen. Also diese ganzen Themen sind wichtig, aber dafür macht man auch Zusatzausbildung, darüber liest man Bücher, da folgt man irgendwelche shady TikTok-Influencer, die da sagen, was ein echter Mann ist. Da kann man sich ja leicht verlaufen, aber ich hätte jetzt an keiner Stelle da die Schule gesehen. Und zwar nicht, nicht weil es meine Meinung ist, dass es nicht ist, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Schulfach zum Beispiel sein könnte, weil du sagst, Fächerkanon schwierig, aber es ist ja schon so gelernt, dass Schule ist quasi Wissen, das sind Fakten, die kommen in den Kopf und später kannst du sie anwenden und bist am Arbeitsmarkt gefragt. Und solche sozialen Skills eigentlich ganz generell, die entstehen heute in der Pause, miteinander tun. Oder nicht. Ja, oder nicht. Aber sie entstehen nicht durch das Bildungssystem. Also es hat das hier überhaupt nicht. Aber es ist ein Jammer. Also es gibt Reformschulen in Deutschland zum Beispiel, eine hat das Schulfach Verantwortung. Die kriegen ein kleines Budget, müssen von Berlin bis nach Wien kommen mit 100 Euro und die lernen da was fürs Leben. Bist du nahrisch. Stranden irgendwo in Passau, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Solche Dinge. Oder letztendlich eine Schule besucht, die betreiben einen kleinen Bioladen als Schülerinnen und Schüler, Mittelstufe. Also 13-Jährige verantwortlich, 14-Jährige dort für den Verkauf, für das Marketing, für das Bauen selber an, für das Führen des Excel-Sheets, Einnahmen, Ausgabenrechnung. Das ist Verantwortung. Das kann ein Kind in dem Alter tragen, ein Jugendlicher. Und da verstehst du mehr vom Leben, als wenn du denen abstrakt in einer 50-Minuten-Einheit eindrückst und jetzt musst du A mal B ist C Quadrat. Die verstehen gar nicht, warum sie das lernen, was das mit dem Leben zu tun hat. Aber wir müssen mehr auch den Verwartungskontext und den Weltkontext den Menschen vermitteln. Und deswegen die Idee, dass ihr Kinder, Jugendliche abfühlen in 50-Minuten-Einheiten, die hatten wir ja zu Maria-Theresien-Zeiten, das haben wir ja vom Militär übernommen. Trichter draufsetzen, jede Gehirnforschung, jede Psychologie, Lärmpsychologie sagt ja, das ist ja grundfalsch. Deswegen müssen wir hineingehen, also wir haben, auch hier ist viel passiert mit Projektarbeiten, mit Exkursionen. Nur wir müssen da noch viel weiter und wir können das auch. Also das Schöne ist, auch Neos hat mit angeschoben, die Regierung hat 2017 ein Autonomiepaket geliefert, das hatten sie nicht im Regierungsprogramm. Das ist auch dem Druck der Neos in den zwei Jahren davor zu verdanken. Und das ist zum Beispiel mit den aktuellen Autonomiespielräumen, die die Schulen haben, wäre es möglich, dass du die 50-Minuten-Stunden auflöst. Es gibt zum Beispiel die Initiative, auch als Mega-Bildungsstiftung fördern wir die, auch Open School, wo die in öffentlichen Schulen einfach die 50-Stunden-Segmentierung, 50-Minuten, 50-Minuten niederlegen und sagen, wir lassen das jetzt neu auferstehen, so wie wir glauben, dass es Sinn macht. Also wir könnten ja sagen, okay, schauen wir uns das alte Rom an, aus Sicht der Geschichte, aus Sicht der Mathematik, aus Sicht der Biologie. Du kannst plötzlich beginnen, diese jungen Menschen zu begreifen. Nicht auswendig, nicht Bulimie lernen, also eine stopfen, Freitag Tester, ins Heft kotzen, was ich gelernt habe und am Freitagnachmittag raucht es wieder aus aus dem Hirn, weil ich muss es nicht mehr wissen. Sondern es geht um, es ist ja, Bildung ist ja als Selbstermächtigung des Menschen gedacht, um einen konstruktiven Umgang mit der Welt zu haben, mit den Herausforderungen des Lebens und dafür ist Begreifen notwendig. Und Begreifen ist kein abstraktes Datenlernen, das ist kein Begreifen. Was dort dagegen spricht, ist, wir haben eine Zentralmatur am Ende, oder? Eine Zentrale, ja. Du kennst ja, du hast ja alle möglichen Projektwochen dann, du kennst die bei dem und dem Thema aus, aber am Ende lernen wir alle auf demselben Test. Und ich habe mir das letztens mal angeschaut, was die Fragen der Zentralmatur in Mathe sind, weil über der letzte Jahrgang, der nicht die Zentralmatura hatte und sonst hätte ich nie studiert, weil da hätte ich Mathe gehabt und ich habe teilweise nicht einmal die Fragen begriffen, also ganz, ganz schlimm. Und dann denke ich mir, ja, ich hätte auch gern so innovative Unterrichtskonzepte, 50-Minuten-Einheiten, gerne weg, gerne später anfangen, als mitten in der Nacht, solche Sachen, aber am Ende haben wir alle die Aufgabe und kannst nur so engagiert, innovativ sein, aber die müssen wir alle auf den Test vorbereiten, oder? Ja, also einerseits, die Mathe ist teilzentral. Das macht durchaus Sinn, weil natürlich die Schulen extrem auseinandergetriftet sind, was sie unter Mathe verstanden haben. Also da gab es diese und jene und das war überhaupt keine einheitliche Währung mehr. Und das ist dann auch problematisch, wenn sie die Eintrittskarte für ein Studium ist. Deswegen, es hat alles Licht und Schatten. Also ich habe verstanden, warum man es eingeführt hat. Man hat es ja zuletzt zurückgenommen und teilzentral in dem Sinn verstärkt, dass auch die Jahresnoten mit einberechnet werden. Und das halte ich für sinnvolle Kompromisse. Was auferstanden ist, ist dieses Teaching und Learning to the Test. Das ist natürlich Elend, das müssen wir dahinter anhalten. Heißt, dass Zentral Matura wieder abschaffen und jeder macht, was sie will und bei manchen Schulen werden Matura verschenkt, bei anderen nicht. Ich glaube, da können wir lernen zum Beispiel von IB-Schulen. Eine Tochter ist an einer Montessori-Schule, in dem Fall ist es eine private. Die schließen ab mit dem International Baccalaureat, das ist also eine internationale Matura und die sind bis drei Jahre vor der Matura sind die extrem frei in ihrem Lernen und haben einen sehr freien Klassenverband, sehr projektorientiert, sehr innovativ, sehr progressiv und dann in den letzten drei Jahren werden sie auf Jahrgangslogik umgestellt, wo sie stärker auch auf dieses Baccalaureat vorbereitet werden, wo sie auch klassisch die Fächer haben, starker inputorientiert und dann natürlich auch prüfungsorientiert. Das finde ich legitim. Da kann man sagen, jetzt beginnt der Ernst des Lebens und so weiter. Nein, da beginnt eine Vorbereitung auf eine Welt, wie sie halt auch existiert. Wenn der Lehrplan das ergibt. Genau, und der Lehrplan ist einzuhalten und diese Lernziele sind zu erreichen und diese Kompetenzen. Das heißt, ich muss die Leute aber nicht acht Jahre damit verrückt machen, sondern ich kann sagen, ja, je näher ich dem Erwachsenenalter komme, umso mehr bringe ich hier auch Ernsthaftigkeit hinein und auch ein bisschen von dem, was da draußen die Welt atmet in Sachen Leistung, Beurteilung etc. Ich bin dafür, dass wir ansonsten die Welt massiv hereinbringen, aber in anderen Kontexten und nicht mit diesem Du bist eben nicht genug. Es gibt nicht the one best way. Das ist ja wie in der Wirtschaft, wenn ich als Organisationsentwickler in Unternehmen bin, sehe ich, jetzt bin ich lang genug dabei, nämlich 30 Jahre, dass diese Dinge haben ihre Schweinezyklen. Du führst, in manchen Unternehmen haben wir alle Sitzungen abgeschafft, haben Stehungen eingeführt und die Leute waren ganz fasziniert. Nach einem zwei, drei Monat bin ich gekommen und habe gesagt, wie geht es euch mit euren Meetings jetzt im Stehen? Das ist super, viel effizienter, wir brauchen nur eine halbe Zeit und das ist großartig, ein Gewinn fürs Unternehmen. Und nach fünf Jahren komme ich und sage, wie geht es euch denn? Wie geht es euren Stehungen? Dann sage ich, das ist ein Schatz, haben wir abgeschafft. Das wurde zum Kaffeekränzchen und das war nicht ernsthaft genug. Also, es können sich Innovationen auch abstumpfen. Eine Schule ist ein lebender Organismus. Ich bin Systemiker von meinem Doktorat her auch, von meiner Weltsicht. Das sind lebende Organismen, Organisationen. Die haben Bedürfnisse, die können sterben, auch eine Schule kann sterben. Zum Beispiel in den Niederlanden wird alle paar Jahre mal eine Schule gesperrt, einfach zugemacht, weil sie sagen, jetzt haben wir euch begleitet, haben euch gesagt, wo die Qualität nicht passt, haben euch unterstützt und es nützt nichts. ist ein Drama an die Schule zu. Wie beim Unternehmen das nicht liefert. Das ist eine ganz wichtige Information an alle anderen Schulen, die leben. Achtung, ich bin sterblich. Das ist total vitalisierend. Es gibt nichts vitalisierenderes als der Tod. Das ist ja auch beim Menschen so. Wenn ein naher Angehöriger stirbt, dann wirst du in den Folgewochen deine Prioritäten neu sortieren in deinem Leben. Du hast einen Vitalisierungsschub bekommen. Was ist wirklich wichtig? Was ist die Essenz? Um was geht es? Mir. Und das gilt auch für Organisationen. Das heißt, Schule ist im Idealfall begreift sich als lernende Organisation, als eine, die sich auch laufend weiterentwickelt. Warum? Weil sich die Welt und das Leben laufend weiterentwickelt. Und die Antwort von heute kann großartig sein für heute und kann stumpf sein für morgen. So müssen wir drauf schauen. Insofern sehe ich nicht one best way. Ich glaube, es gibt nur Gestaltungsprinzipien und eines davon ist eben Freiheit und Verantwortung zusammenzuführen. Wenn wir wollen, dass Lehrerinnen und Lehrer Verantwortung übernehmen, müssen wir ihnen Freiheit geben. Wenn die das Gefühl haben, ich werde gegängelt von Schreibtischstädtern in einer fernen Stadt, die eigentlich keine Ahnung haben, was mich bewegt in meiner Schulklasse, aber die lassen wir jeden dritten Wochen einen neuen Alas ein, dann werden die extrem demotiviert. Und das können eben andere Länder besser. Das können die Nordics besser, Skandinavien, das können Niederlande zum Beispiel besser. Da können wir von anderen lernen. Das kann mir im Prinzip total gut auf die Politik übertragen, oder? Ich glaube, da spannen wir jetzt einen weiten Bogen über dem, was wir jetzt geredet haben. Aber das ist ja auch ein bisschen ein Mittel gegen die Sehnsucht nach der einfachen Antwort, gegen den Populismus. Das heißt, alles, was im Bildungsbereich passiert, oder vielleicht das, was du jetzt machst, du bist ja nach wie vor Coach, ich glaube, du machst diese Pilot deines Lebenscoachings noch immer, soweit ich war. Ja, von meinem Bestseller habe ich einen zweitägigen Deep Dive entwickelt. Dass diese Form, also ihr jetzt Entfaltung genannt, aber das ist ja quasi ein Bildungsprojekt, dass das ja alles eine kleine Mission ist, die Leute quasi auf die Welt vorzubereiten, damit sie nicht dieser Versuchung anheimfallen. Ist das so ein politisches Projekt auch? Mir geht es immer um Potenzialentfaltung, egal ob ich Papa bin, Parteigründer, ich bin ein Gärtner des Lebens und kultiviere soziale Felder, begleite in der Entfaltung, da soll was blühen und ich wusel da drum herum und sage, wie können wir es gießen, was können wir tun für dich? Blühen muss die Pflanze eh selbst und wachsen und die Flügel heben muss der junge Mensch auch selbst, aber du kannst dabei stehen und sagen, wie könnte man das mit Flügel heben? Probier mal und so weiter. Also Coaching, Begleitung, das mache ich als Autor, mache ich jetzt als Künstler in der Musik, auch das Album ist natürlich für mich ein zutiefst politisches Album, obwohl es jetzt nicht nach Politik riecht, aber da geht es um Weltschmerz und es geht um Weltgeist. Da geht es, wir landen im Krieg, back to earth, ich will mich zu dem verhalten, was ist und es ist Krieg und ich spüre diese Zerstörung ganz tief in mir, gerade in diesem künstlerischen Schöpfungsprozess und ich glaube, jeder von uns, wenn er sich hinsetzt, sie sich hinsetzt oder er und einmal dem Weltgeschehen zuhört, dann spüren wir ganz viel Zerstörung, die unterwegs ist und noch mehr wird kommen. Und das kann dich ja in der Depri machen und da kannst du sagen, oh, schießt das alles und warum jetzt und ich mittendrin und ich bin Opfer von Verwerfungen aller Art. Oder ich kann mich begreifen als schöpferisches Wesen, das wir sind, wir können Zukunft mit erschaffen, wir sind das einzige, die einzige Spezies, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, halte ich für eine Verwechslung, aber die einzige Spezies, die nach hinten und vorne schauen kann, bewusst, das Eichhändchen sitzt dir nicht auf seinem Ast und sagt, oh, 29. Oktober, heute muss ich zehn Nüsse sammeln, Winter kommt, das läuft bei dem irgendwo instinktiv, aber wir können nach hinten schauen, sagen, wie war das? Ah, also, soll man Raketen aufeinander richten, haben wir schon öfter gemacht, das ist eigentlich nie gut ausgegangen, sterben nur Menschen dabei und immer auf beiden Seiten oder will ich daraus lernen? Wie stelle ich mir die Zukunft vor? Ich kann sie manifestieren in meinem Geist und möglicherweise dann auch mit Taten einladen, so zu werden, wie sie sein soll, meines Erachtens. Wir sind schöpferischer wir, wir können es uns nicht komplett aussuchen, wir ko-kreieren, wir kreieren nicht alleine, da gibt es Sachzwänge aller Art, also gesellschaftliche Umstände, Budgets, Haushaltsbudgets, Ehepartner, Lebensgefährtin, was auch immer, Triebehormone, also wir waren von vielem getrieben und trotzdem bleiben wir zumindest teilweise partiell im freien Willen. Das ist das menschliche Abenteuer im freien Willen und deswegen sind wir eingeladen in die Entfaltung. Das Leben will nichts anderes, das menschliche Abenteuer will nichts anderes als Entfaltung. Davon bin ich überzeugt und Entfaltung heißt für dich, als Stefan, was anderes als für mich, weil du hast andere Talente, andere Sehnsüchte und da hinzuhören und zu begleiten, das war immer meine Mission, deswegen Bildungspolitik mein Herzensthema, das jetzt auch mit meinen Angeboten als Organisationsentwickler, als Coach, das begleite ich in Unternehmen, darüber mache ich als Vokalist und Musiker jetzt ein Album mit dem Kurt Razzelli, bin auf Tour, zumindest in Wien und Innsbruck mit zwei Konzerten im November, darüber schreibe ich Bücher, weil die Leute dann oft sagen, da beteilige ich mich bei Startups so wie Story One, da geht es auch um Entfaltung und den Selbstausdruck, die Demokratisierung des Mediums Buch, auch das Empowerment und die Leute sagen dann, ab und zu du machst so vieles, hast du eigentlich einen Fokus und ich habe das Gefühl, ich mache immer das Gleiche, nicht dasselbe, aber immer das Gleiche und deswegen fällt mir das so leicht, das ist alles aus einem Guss. Dass du jetzt selber das Wort getrieben verwendet, was ich spannend finde, das habe ich mir nämlich beim Hören deines Albums auch ein bisschen gedacht, weil man hat ja noch im Kopf als politischer Beobachter, wie der letzte Rede im Parlament war, dass dir der Rücktritt nicht leicht gefallen ist, dass es sehr emotional war und dann hat sich gefühlt jeder gefragt, was macht er als nächstes und wahrscheinlich hätten wenige daran gedacht, Musikvideos mit Arnold Schwarzenegger Maske Kultrazzelli, aber es ergibt irgendwie Sinn, wenn man so die Texte hört und das ist auch politisch, also hätte ich auch so rausgehört, aber das ist schon ein bisschen eine Reaktion auf die Welt, weil es sonst extrem schwer auszuhalten ist, oder? Absolut. Corona und dann Krieg, Krise, Teuerung, ist Standardmodus worden gefühlt, dass du die so sonst gar nicht ausdrücken könntest, dass du sonst schlecht gehen würde, wirklich. Ich habe eine Sprache gefunden, eine neue, als Vokalist, als Lyriker mit Musik, gemeinsam mit Kultrazzelli, der die Musik macht und da komme ich erst jetzt im Nachhinein drauf, weil ich habe mich öfter auch gefragt, warum mache ich das? Es kostet mich viel Zeit, es kostet viel Geld, also ich verdiene damit, wir legen da Geld hinein, wir verdienen da nichts damit, noch nicht, vielleicht kann sich das ändern, aber ich habe immer wieder in meinen Kopf gesagt, lass den Schaß, schau auf das Excel-Shit, zumindest nach neun Monaten, nach Projektbeginn habe ich begonnen, einen Excel-Shit zu machen, weil laufend Rechnungen kommen, Studio, Videos und so weiter und du dann sagst, naja, das ist ein bisschen einseitig diesbezüglich, lass es und dann frage ich mein Herz, ist es richtig, es zu tun? Und das ist immer sehr klar, ich sage, ja, geh weiter, auch wenn Häme kommt, auch wenn man die sagt, hat da eine Midlife-Crisis, ist er verrückt, nein, das ist tatsächlich eine neue Sprache, um mich zu dem zu verhalten, was ist und das ist meine Pflicht, jeder von uns muss sich zur Welt verhalten, wir können der Welt nicht entfliehen, also das hat Viktor Frankl, der Begründer der Existenzanalyse, Logotherapie, hat gesagt, ich habe diese drei Konzentrationslager nur überlebt, weil ich mir eine Freiheit nie nehmen habe lassen, selbst im Konzentrationslager im Dritten, nämlich die Freiheit, mich zu dem zu verhalten, was ist, er hat es als Freiheit begriffen, Nelson Mandela, dasselbe, 27 Jahre im Gefängnis, er hat es als Freiheit begriffen, dass er sich trotzdem verhalten kann, auf ganz engem Rahmen beschließt, ich züchte jetzt Tomaten, ich studiere jetzt Jus, das sind bewusste Akte eines Piloten des Lebens, in ganz engem Spielfeld, um sich auch zu kultivieren als schöpferisches Wesen und wenn die das als Freiheit begreifen, in Gefangenschaft, unter Knechtung, unter vielfacher Vergewaltigung sämtlicher Art, psychisch, physisch, dann sollte es uns auch gelingen, uns als Piloten mit dieser Freiheit zu verstehen und ich würde es für uns als Kinder der Freiheit oder noch Freiheit, weil ich glaube, dass die Chance groß ist, dass wir die Demokratie verlieren in den nächsten 40, 50 Jahren oder schon 20, 30 Jahren, aber als Kinder der Freiheit haben wir nicht nur die Freiheit, uns zu dem zu verhalten ist, was ist, wir haben als Menschen auch die Pflicht, weil wenn ich mich nicht zu dem verhalte, was ist, dann bin ich in der Weltflucht, das ist wie der Alkoholiker, der eincheckt, in die Entwöhnungsanstalt und sagt, ich habe eigentlich kein Alkoholproblem, dann sagen die, du musst wieder gehen, wenn du dich nicht verhältst zu dem, was ist, wenn du ignorierst, dass was ist, dann bist du, das ist unsere Erfahrung, nicht fähig, den nächsten Schritt bewusst zu gehen. Das heißt, die Vorleistung für ein planvolles Bewegen in einer WUCA-Welt, die ständig in Bewegung ist, die Volatil ist, unsicher, komplex, ambivalent, die Vorleistung, die jede und jeder von uns erbringen muss, ist das Anerkennen des Status Quo. Was ist dein Punkt A1, an dem du dich befindest, als Individuum in dieser Welt? Wenn du sagst, mein Punkt A1 ist, da ist eben eine Seuche unterwegs und der Bill Gates erfunden, dann ist das eben Weltverleugnung. Dann bist du nicht fähig, den nächsten Schritt zu gehen. Und die Verleugnung führt dir in die Entfremdung und die Entfremdung führt in die Krankheit, weil es eine Form der Abspaltung ist. Und hier sind viele natürlich unterwegs, die über die Entfremdung in die Abspaltung und dann auch in die psychische Krankheit gewachsen sind. Deswegen nimmt das auch zu. Jetzt kann uns psychische Krankheit auch ereilen, ohne dass wir da großartig, also zum Beispiel eine Depression kann jeden von uns erwischen. Da will ich ja nicht sagen, bist du selber schuld immer. Ich glaube nur, dass wir eben durch bewusste Lebensführung und Selbstführung die Tür ein Stück weit weiter aufmachen können für solche Dinge. Für Burnout zum Beispiel oder auf Bandscheibenvorfall habe ich bekommen. Da bin ich schon selbst schuld. Also das hätte ich durch bewusste Lebensführung abwehren können. Aber wenn halt ein ignoranter Hund bist und der redet mit dir schon eineinhalb Jahre und du sagst, ich höre nichts, dann kriegst du halt irgendwann einen Schlag dazu. Herzinfarkt dasselbe. Kein Herzinfarkt kommt unangekündigt. Der redet über Jahre mit dir wahrscheinlich und wenn du ignorant bist und deine Lebensführung nicht änderst, dann kommt da irgendwann ein Manifest und legt dich flach. Und der Faschismus, willst du sagen, mit dem Anklopfen des Verlierens der Demokratie, der Faschismus kommt dann auch angekündigt und man kann ihn ignorieren. Genau. Also natürlich sind die Indizien, dass hier was im Rutschen ist, weil ich das Thema Rechtsstaatlichkeit war 2013 zum Beispiel bei der NEOS-Gründung 2012 kein großes Thema, außer dass wir Transparenz, Rechtsstaatlichkeit schon wichtig, aber wir haben das nicht als drängendstes Thema für, als eines der drängendsten Themen für Österreich empfunden. Mittlerweile ist es eines der drängendsten, weil natürlich es gibt Mächte, und zwar die kratzen gemeinsam fast einen 50 Prozent oder sind sogar drüber in Umfragen aktuell, die beide als Vorbild Viktor Arban haben. Und dazu muss man einfach auch sich vor Augen halten, dass Viktor Arban ein Gesellschaftsmodell propagiert, wo er zwar Wahlen abhält, aber eigentlich, wenn man genau hinschaut, ist es ganz klar, dass er entweder Regierungschef ist oder im Gefängnis, weil das, was er aufführt, natürlich hochkorrupt ist, dass österreichische Unternehmen dort Schutzgeld zahlen müssen oder andere Ausländische, wenn sie tätig sind, dass Universitäten, wenn sie kritisch sind, aus einem Land geworfen werden, dass Zeitungen, wenn sie kritisch sind, eingestellt, gekauft werden, über Mittelsmänner und eingestellt werden, dass politische Bürger, wenn sie den Regierungschef kritisieren auf Social Media morgens um sechs aus dem Bett geholt werden und ihnen das Handy abgenommen wird und der Laptop. Das ist die Frage, wollen wir das für unser Land? Ich will es nicht. Jetzt kann man auch sagen, du bist ja auch einer, der abgeholt wird dann. Also vielleicht habe ich eine Befangenheit hier. Es lässt sich auch in Ungarn gut leben für viele. Es lässt sich auch in Russland leben. Es lässt sich auch in China leben, wenn Nekar dann Uigure bis der im Unerziehungslager hockt mit Millionen anderen. Oder was du absetzt. Also es ist nicht das Ende des Lebens in einer Diktatur oder in einer Autokratie zu leben oder in einer Halbautokratie. Das will ich auch sagen, nur ich fände es tragisch für meine Kinder, wenn sie dort landen würden. Und ich würde es ja auch noch erleben, weil ich habe vor, noch weiter zu leben, ein paar Jahrzehnte. Und das ist der Kampf dieser Generation. Und sie haben es noch nicht begriffen, weil sie gar nicht begreifen, was sie im Stande oder was sie möglicherweise verlieren. Das ist so wie der Kettenraucher, der sagt, ich habe da schon einmal gehört, dass das nicht gesund ist, aber mir hat es nicht viel zu tun. Und irgendwann hat er einen Operationstermin und es fehlt ihm ein Fuß und ein Bein, weil er das Raucherbein abgenommen bekommen hat. Und dann kann er am Vorabend sagen, nein, 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 jetzt will ich mein Leben ändern, es wird zu spät sein. Das heißt, die Demokratie stirbt im Dunkeln natürlich, deswegen muss man da immer wieder Licht hineinbringen und sie stirbt scheibchenweise. Und wenn wir das nicht bewusst registrieren, welche Scheibchen abgeschnitten werden und das werden wir jetzt auch verhandeln dann im nächsten Jahr, also kann man Umfragen kaufen und kann man Medien kaufen. Ich glaube, das ist eine Scheibe, wo Demokratie gestorben ist. Und 20 solche Scheiben und sie ist weg. Und da haben wir jetzt eine Verschnaufpause, als Österreich, aber es ist völlig ungewiss, wie lange die anhält, ob wir da immun sind. Die Demokratie schafft sich meistens durch Wahlakte ab. Es ist nicht so, dass da böse Männer kommen, die kommen auch böse Männer, sind wirklich Männer in der Regel und machen das, aber sie brauchen die Unterstützung des Volkes. Auch Hitler wurde gewählt. Und dann hat er Dinge gemacht. und das ist noch Orban wurde gewählt und wird wiedergewählt. Putin wurde gewählt und wird die nächsten Wahlen so organisieren, nämlich im nächsten Jahr, dass es nach einer Wahl ausschaut, aber natürlich längst keine Wahl mehr ist. Ja, genau, wie in Ungarn. Nur ist die österreichische Demokratie stark genug? Sagen wir mal, es kommt Blau-Schwarz in einem starken Blau und einer schwachen ÖVP, die es sehr billig gibt. Unsere Verfassung hat die da genug Spielraum, um eine autoritäre Machtübernahme zu verhindern? Oder geht es da jetzt wirklich um alles und danach haben wir verloren? Das ist offen, aber wir dürfen nicht lernen aus den letzten Jahren. Also natürlich, wenn wir sehen, dass hier ein Geschäftsmodell unterwegs war, von einem sehr talentierten Kanzler, jungen Kanzler, der natürlich Medien nicht so wie in Ungarn zugesperrt hat, sondern mit Steuergeldern gekauft hat und Gefüge gemacht hat, dann war die vierte Gewalt im Staat, die informelle vierte, natürlich schon so, würde ich sagen, 70, 75 Prozent geknebelt. Es gab einige gallische Dörfer, die hätte über die Jahre eingekreist und ausgetrocknet und die Mehrheit war schon gleich geschalten. Durch Anfütterung, weil alle Medien derzeit ökonomisch in Schwierigkeiten sind natürlich und die sind froh, wenn sie Anfütterungsmillionen bekommen und dafür sind sie bereit, auch in die Selbstzensur zu gehen oder ganz explizite Deals für Fake News abzuschließen, manche von ihnen. Und davor sind auch offensichtlich Qualitätsmedien nicht gefeiert. Da muss man sehr, sehr kritisch drauf schauen, finde ich, da wir uns Chat-Nachrichten nahelegen, dass da das Nahverhältnis bedenklich war. Und natürlich ist davon auszugehen, dass zum Beispiel unter Blau-Schwarz der ORF sofort rasiert wird und die Blauen haben das große Trauma, dass sie das Gefühl haben, beim letzten Mal haben wir uns zu viel Zeit lassen und dann ist Ibiza passiert. Also die würden da massiv durchziehen. Wenn die Medien fallen würden und das, was wir erlebt haben, legen nahe, dass das in Österreich leicht passieren kann, das haben wir also zu 75 Prozent erlebt, gibt den richtigen Leuten oder den falschen drei Jahre und sie machen das auf 100 Prozent, befürchte ich. Dann ist die Frage noch, wie hält sich die Justiz und wie hält sich in der Gewaltenteilung oder ein Check zum Balance ist ein Bundespräsident etc. Dass die Justiz versucht wird, anzuzählen und Mardik zu machen, ist auch klar. Dann ist noch die Frage, wie verhält sich ein Parlament? Also wie war das beim Austrofaschismus in der Zwischenkriegszeit? 30er Jahre? Da hat man über Jahre das Parlament heruntergeredet als Quatschbude und wenn wir schauen, im Vertrauensindex zuletzt hat es wieder ein bisschen aufgebaut, aber das Parlament hat vorletztes Jahr 13 Prozent an Vertrauen verloren im Vertrauensindex. Das heißt, da sind natürlich narrative Erzählungen unterwegs, wo man versucht, auch das Parlament Mardik zu machen, wo man versucht, die Justiz Mardik zu machen. Es gab Pläne, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu zerschlagen. Es gab offensichtlich nicht nur Versuche, sondern es wurden gefügige Sektionschefs installiert, die da am Sitzungstisch sagen, welches Verfahren man da schlägt und welches rechtsstaatlich weiterläuft. Ja, das ist alles sterblich. Wenn Medien weg sind und Justiz, dann sind wir in einer Autokratie oder Diktatur. Dann kann man das Parlament noch pro forma, auch Russland hat ein Parlament, auch China hat ein sowas ähnliches. Ja, mit Regierungsmehrheit ist es eh schon jetzt in demokratischen Zeiten bei uns sehr einfach durchzuregieren. das wird dann halt gleichgeschalten. Das kann passieren, ja, ich halte das für 50-50, dass das die nächsten 20 Jahre passiert. Einfach, weil es in der Luft liegt. Also, wir haben ja 1989 gedacht, das Ende der Geschichte, Fukuyama, jetzt kommen alle in den Schoß der Demokratie und der Marktwirtschaft, der sozialen, sozial-ökologischen Marktwirtschaft, hoffentlich. Ich glaube, das Modell darf auch kritisch, muss kritisch hinterfragt werden. Aber nein, Peak-Demokratie war weltweit 2012, 2013. Seit damals ist die Demokratie im Rückzug oder wird zurückgedrängt in vielen, an vielen Gebieten, in vielen Orten. Sub-Sahara-Gürtel haben wir gerade gesehen, dass ein Staat nach dem anderen gefallen ist in Richtung natürlich auch jetzt Militärdiktaturen. Wir sehen es mitten in Europa rund um uns. Polen ist hier ein Hoffnungsschimmer. Also es bleibt ein offenes Match. Nur eines ist klar, wenn man nicht darum ringen, wird sie uns verlustig gehen. Die Demokratie ist kein Selbstläufer. Kümmere dich nicht darum zehn Jahre und sie ist weg. So ist es. Und da, um quasi jetzt diesen Bogen wieder zurückzuspannen, auf der individuellen Ebene heißt das ja für jeden Einzelnen von uns. Also ich glaube, wenn wir alle in diese Richtung bringen würden, dass man sich entfalten kann, dass man lernt, sich in der Welt zurechtzufinden oder quasi, wie hast du gesagt, auf die Welt zu reagieren, das hast du nicht so gesagt. Sich zur Welt zu verhalten. Genau. Wenn wir das besser könnten, ob durch Bildungsreform oder durch Wiederbildungschancen oder durch Coaches oder durch Eigeninitiative, dann wäre das schon sehr viel unwahrscheinlicher, oder? Ja klar, du bist nicht so leicht verführbar. Also wenn du dein Leben selbst in die Hand nehmen kannst und dich nicht als Opfer begreifst, dann musst du ja auch nicht täglich Fremdabwertung zur Selbsterhöhung betreiben. Dann musst du keine Sündenböcke suchen, der Jude, der Ausländer, sondern dann kannst darüber reden, okay, soll man die Migrationspolitik anders organisieren, dafür spricht viel. Ich finde, dass wir die nicht gut organisiert haben. Ich finde, dass wir uns aussuchen dürfen und müssen, wenn wir ins Land lassen und ich finde, dass es dann auch noch das Thema Flüchtlinge gibt. Aber das wird ja alles vermischt über Jahrzehnte, Wirtschaftsflüchtlinge und so weiter. Nein, es gibt Grenzen auf dieser Welt, die auch Sinn machen. Wir können nicht alle, no borders, der Typ bin ich nicht, weil ich Systemiker bin. Du kannst dich nur selbst begreifen, wenn du eine Grenze begreifst. Menschen, die keine Grenze, Menschen nicht wissen, wo sie selber aufhören, die sind nicht beziehungsfähig. Deswegen ist wichtig, dass Europa seine Grenze begreift. Und ich finde es auch legitim, dass wir es schützen. Das heißt noch nicht, dass wir Menschen absaufen lassen müssen. Das heißt, dass wir international mit einer Sprache sprechen müssen, intern gemeinsam Lösungsmechanismen haben und dass wir auch, Europa hat eben keine Identität. Das ist das Problem. Wir wissen nicht, wer und was Europa ist. Deswegen, wenn du keine Identität hast, bist du in einer VUCA-Welt, nicht beziehungstauglich. Deswegen sagen die, dass es jetzt im Nahen Osten ist oder bei anderen Weltthemen und Konflikten, ja, Europa ist eh nett, aber wir wollen lieber mit dem verrückten Russen reden oder mit den Chinesen und den Amerikanern, weil die haben sich definiert. Wer sich nicht definiert, der wird definiert. Europa hat sich nicht definiert. Wir pubertieren, pubertieren, die sind deswegen nicht gut beziehungsfähig, weil sie nicht genau wissen, wer sie sind. Heute die, morgen jene. Das hält nicht lang, so eine Beziehung. Das hält es nicht lang aus. Und Europa muss diese Pubertät möglichst zügig abschließen, sonst sind wir Spielball der Weltgeschichte. Dann werden unsere andere eben eine Frisur aufsetzen, wie es ihnen gelingt und dann werden die Kinder unserer Kinder oder unsere Kinder noch die 24-Stunden-Pflege machen in Peking, weil die Weltverhältnisse so sind. Und das sage ich unironisch und unzynisch. Irgendjemand macht die 24-Stunden-Pflege und bei uns machen es fast ausnahmslos Ausländer. Und das ist natürlich eine Form auch von Macht aus Übung, die wir hier. Das sind aus individueller Sicht ökonomische Verdienstchancen für diese. Nur natürlich bezahlen wir sie beschissen und gab es dann auch noch eine schwarz-blaue Regierung, die ihnen auch noch die Familienbeihilfe runtergerissen hat und so weiter. Wir finden keine Einheimischen, die diese Arbeit machen. Deswegen nutzen wir unsere Macht, um Ausländer dafür einzuführen. Und so wird es China machen. Und wer werden diese Ausländer sein? Wir sind Kandidaten. Das muss man einfach so sehen. Das ist der Weltengang. Also Afghanistan war mal die Schweiz des Nahen Ostens vor gar nicht allzu langer Zeit. In ein paar Jahrzehnten und Dinge beschleunigen sich massiv. Europa kann in drei Jahrzehnten ein Armenhaus sein. Ist nicht naheliegend, weil wir schon resilient sind und wir nicht alle schlecht reden. Nur Dinge können sich ganz schnell ändern. Also es gibt in Deutschland Leute, die leben noch und die haben erlebt einen deutschen Kaiser, eine Weimarer Republik, ein tausendjähriges Reich mit einer Diktatur, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Mit einem Flächenbrand, mit 40 Millionen Menschen, die massakriert wurden aufgrund der politischen Entscheidungen, die dort gefallen sind. Von Volk gefallen. Und Österreich hat kollaboriert. Die haben erlebt, die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik als Ostblock. Die haben erlebt, die Wiedervereinigung von Deutschland in einer EU. Alles in einem Menschenleben. Es wäre doch naiv zu glauben, hier sitzt der Stefan Schett und ist 30 oder ein bisschen um den Dreh herum. Genau 30. Und du wirst, es sei dir gegönnt, 95 und die nächsten 65 Jahre bleibt es eine Demokratie und das ist Gesetz, selbstverständlich. Dagegen spricht jede Statistik der Weltgeschichte. Nur weil es jetzt gerade mal 70 Jahre ruhig war. Das ist die Anomalie. Die Normalität ist, dass du Krieg erleben wirst. Das ist die Normalität von sämtlichen Generationen zuvor. Falls sie 90 Jahre gelebt haben, haben sie in der Regel mehrere Kriege erlebt. Das heißt, wenn wir das nicht wollen, dann werden wir uns dafür einsetzen müssen, dass es nicht so wird. Sonst wird es so sein, weil sich Kräfte darum bemühen, dass es so sein wird. Da haben wir einen völlig falschen Blick, finde ich, auf diese Dinge. Wir glauben, das ist alles gesetzt. Eitel, Wanne, Waschdruck und Konsumwaren. Nein, es wird uns wild schütteln. Es wartet Zerstörung auf uns im großen Stil und es warten auch natürlich Neuerstehungen, weil nach jeder Zerstörung ganz viel Humus da ist und auf dem wächst das Neue. Ob das immer gut ist, ist was anderes. Aber wir haben natürlich immer auch so geflügelt gesagt, der Krieg ist die Mutter aller Dinge. Wir haben den gesellschaftlichen Reset in unseren Breitengraden, gerade in Europa, meistens und fast ausschließlich bei den großen Brüchen gesellschaftlich, auch im Guten, über Kriege gemacht. Also viel Gutes ist nach Kriegen gekommen. Zum Beispiel, dass die UNO aufgestanden ist, dass die Europäische Union aufgestanden ist. Das ist alles fürchterlichen Kriegen geschuldet, weil wir sagen, nie mehr wieder, wir wollen es besser machen. Das Internet. Das Internet, ja. Und das heißt, wir wissen noch nicht, ob Demokratien die Kapazität haben und jetzt mache ich es konkreter, ob Wählerinnen, Wähler in Demokratien, weil wir immer so reden, die Scheißpolitiker und so weiter. Ich glaube, der wichtigste Job in einer Demokratie ist die des Bürgers, der Bürgerin. Wir wissen nicht, ob der Mensch die Kapazität hat, Demokratien über Generationen zu halten oder ob wir uns eben dort wieder verirren in andere, wenn wir sagen, die Sehnsucht nach dem starken Mann und es ist alles so kompliziert. Wir wissen nicht, ob Demokratien fähig sind und auch die Wählerinnen und Wähler fähig sind, nachhaltige Reformen auf demokratischem Weg zu organisieren. Es gibt noch zu wenig Evidenz geschichtlich, weil diese Demokratie ist gerade mal ein Herzschlag alt im Sinne der Geschichte unserer Spezies und die kann auch planetarisch wieder verschwinden. Leute wie der Herr Thiel, bei dem Sebastian Kurz mitarbeitet, wenn man von Thiel seinen Wikipedia-Eintrag liest, dann sagt er auch ganz offen weg mit der Demokratie. Das ist dumpf. Gibt es uns die Macht? Wir Milliardäre, wir haben bewiesen, wir können es und Elon Musk tickt ein bisschen ähnlich, habe ich den Eindruck. Beim Zuckerberg bin man nicht sicher. Der hat auch ein bisschen eine Schlagseite und so hat man halt den Eindruck. Und die Digitalisierung hat die Macht und das Geld kumuliert bei wenigen und die künstliche Intelligenz wird diesen Prozess weiter beschleunigen. Also es wird durch künstliche Intelligenz noch mehr Macht und Geld kumuliert bei wenigen. Und das ist die Frage, was tun wir mit den vielen? Die wenigen, die das haben, werden sagen, die werden wir bei Laune halten, Brot und Spiele. Das hat bei den Römern schon funktioniert und das wird eine ganz heftige Auseinandersetzung. Also eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit, eine Frage auch der Humanität und der Menschlichkeit, eine Frage der Machtverteilung, vor allem auch der Geldverteilung. diese Auseinandersetzungen stehen an. Das sind ganz wilde und es gibt keine Anzeichen, dass das ruhig verlaufen wird, sondern das wird ruppig die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Es ist total schwierig, dir zu widersprechen. Ich habe da jetzt in sehr vielen Punkten muss ich dir einfach recht geben. Ich glaube nur im Ausblick nicht, weil du hast recht, das steht gerade davor und du hast jetzt quasi das Schlusswort gemacht, aber ich nehme es dir jetzt weg mit einem letzten Widerspruch, weil ich glaube, das was du über Deutschland gesagt hast, da gibt es ja einen Witz, ich weiß nicht mehr aus welchem Ex-Sowjet-Land das ist, wahrscheinlich eh aus der Ukraine, nämlich, dass ein alter Mann erzählt aus seinem Leben und sagt, er war zuerst in Österreich-Ungarn, dann war er in Rumänien, dann war er in der Sowjetunion, dann war er in der Ukraine und dann sagt jemand, wow, sie sind ja viel rumgekommen in ihrem Leben. Na warum? Ich habe dieses Dorf hier nie verlassen. Und die, die nicht mehr da sind, sind ja die Demokratien. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt darauf ausruhen können, entweder geschichtemäßig, das glaube ich auch nicht, man sieht ja, dass Demokratien sterben wie in Ungarn, aber eine Wette, dass wir die Demokratie verlieren, ist gleichzeitig eine Wette auf die interne Stabilität autoritärer Staaten und die würde ich nicht eingehen. Ja, ja klar, die putzt es ja dann auch, also die autoritären Staaten putzt es auch, weil irgendwann frisst die Revolution ihre Kinder, das ist ja auch, also es ist ein ewiges Kommen und Gehen. Du gehst ja auch und ich gehe ja auch. Die Frage ist, was ist gerade, während ich da bin und was will ich füttern, was will ich groß machen auch und ja, ich will auch nicht so dystopisch enden und so negativ, sondern es ist ja auch unser Musikalbum, Back to Earth, endet ja auch in der Hoffnung und in der Liebe. Es gibt ja auch ganz viel Gutes, das wächst an vielen Orten. Zum Beispiel, eine Freundin von mir kommt gerade zurück von Helsinki, vom IDG Summit, von Inner Development Goals, weil wir festgestellt haben, wir haben die SDGs, die werden wir ab nächstes Jahr als Weltgemeinschaft neu verhandeln, die Sustainable Development Goals, wo wir uns als Weltgemeinschaft auf UNO-Ebene Ziele gegeben haben, sei es im Bereich Umwelt, Armutbekämpfung und da haben wir große Fortschritte gemacht. Es sind ja, es sind ja hunderte Millionen von Menschen, auch zum Beispiel in China, da muss man auch bei den Kommunisten in China, bei den Ignoranten, auch dort kann man Licht sehen, die haben hunderte Millionen aus der Armut geführt. Das ist nicht alles nur schwarz-weiß, man muss es differenziert sehen und trotzdem will ich nicht das chinesische System für uns, weil ich es nicht, ich will es nicht. Freiheit und Demokratie schon cool ist das. Ich will reisen, wann ich will, ich will sagen, was ich will und ich will dafür nicht ins Häfen gehen und nicht Daumen schrauben kriegen und Peitschen hiebe. Ich will glauben, was ich will und ich will aber auch mich zugrund setzen und einem Grundkonsens bekennen wie Menschenrechte und will, dass wir das auch gemeinsam außer Streit stellen können, dass jedes Menschenleben was wert ist und das sollte uns gelingen und da ist viel unterwegs oder man ist ja eh medial mehrfach besprochen, meine Erfahrungen im Gandhi Ashram in Indien Anfang des Jahres, also wunderbare Menschen dort getroffen, weltweite Communities, die sich hier auch organisieren und die sagen, ich will auch Gutes kultivieren und wir müssen das skalieren. Wir müssen, wenn wir wollen, dass es Kreise zieht, müssen wir es nähern und zwar jeden Tag und diese Entscheidung hat jede und jeder von uns. Das, was wir füttern, das wird groß. Das, was wir in uns füttern, wenn wir in uns den Krieg und die Aggression füttern, werden sie groß und die Angst und den Hass und wenn wir in uns die Liebe, das Mitgefühl, die Empathie füttern, wird es auch groß. Es ist meine Entscheidung. Ich bin ein Mensch, ich bin ein schöpferisches Wesen, ich bin partiell im freien Willen. Das ist ein unpackbares Abenteuer, das ist das Abenteuer Menschsein, Entfaltung unter Bedingungen des teilweise freien Willens. Das will ich feiern, dieses Menschsein. Das ist auch der Spannungsbogen unserer Konzerte. Wir feiern dort das Menschsein, weil mich das so berührt und deswegen eine musikalische Hommage ans Menschsein in all seinem Schatten, aber eben auch Licht, in das wir eskalieren. Das ist ein Wunderschöner. Das nehme ich mal. Das nehme ich mal. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ciao, ciao. Danke, dass du da warst.